Fit und gesund. Fit und gesund. Fit und gesund. Fit und gesund. Boah. Ja, ich bin im Programm dabei. Weil ich dann doch irgendwann schnell gemerkt habe, dass so ein langer Arbeitstag ziemlich auf den Rücken drückt, auf die Gelenke. Und habe dann mal bei dem Fitnessprogramm mitgemacht, habe die Übung mir angeguckt und habe dann schnell festgestellt, dass ich durch diese Übung meinen Rücken entlaste und meine Arbeit besser verrichten kann. Und nehmen wir ein bisschen zurück. Haben wir denn hier gute Sitzhöhe? Eine langanhaltige Sitzposition ist eigentlich unphysiologisch für unsere Virosäule. Darum sollten wir unseren Arbeitsplatz ergonomisch zusammenstellen, damit wir nicht in diese unphysiologische Bewegung kommen. Bewegungspause ist äußerst wichtig, um die Verspannung abzubrechen. Es erhöht die Leistungsfähigkeit und es erhöht dann die Stimmung und die allgemeinen Wohlbefehl. Ich beobachte die Mitarbeiter, ob sie ergonomisch arbeiten und ob sie richtig heben und bücken. Weil das ist ein sehr wichtiger Teil von der Arbeit hier in der Produktion. Und dadurch kann durch meine Beobachtung stelle ich zusammen entlassende Übungen für jeden individuellen Bereich. Dadurch, dass ich häufig die gleichen Bewegungen mache, habe ich Probleme mit den Schultern und mit den Handgelenken. Da hat uns unser Trainer Preston Übungen zugezeigt, die wir während der Arbeitszeit durchführen können, um die Gelenke zu entlasten. Und da wir das häufig machen, entlastet das auch die Gelenke und man fühlt sich besser und es geht voran. Ja, die Bedeutung des Programms ist dann, die Leute fit und gesund zu machen und fit und gesund zu halten. Die Einsicht zu geben, dass wir uns bewegen müssen. Und dazu bekommt auch jeder individuelle Mitarbeiter eine individuelle Ernährungsberatung von mir in Hand in Hand zu arbeiten mit dem Training, was ich hier anbiete. Ja, ich finde es toll, hier in diesem schönen Fitnessstudio trainieren zu können, dass die Firma mir überhaupt die Möglichkeit gibt, umsonst hier zu trainieren. Und dazu wird uns auch noch ein Fitnesstrainer zur Verfügung gestellt. Das ist der Preston und seitdem macht Sport richtig Spaß wieder. Ich bin gerne fit und gesund. Ich bin gerne fit und gesund. Ich bin gerne fit und gesund. Macht mit bei unserem betrieblichen Fitness- und Gesundheitsprogramm.